so herzlich willkommen zu unserer sechsten folge des podcast klassenfrage wir machen heute alles ein bisschen anders wir haben uns inspirieren lassen von anderen podcasts und haben gesehen was die das so machen nennen wir die machen keine werbung doch doch wir können die ruhig nennen also an der stelle würden wir gerne eine höherempfehlung rausgeben an den podcast sag mal kurz wie der hieß einstellungsfrage genau wir sind wir fanden es cool weil die auch das wort frage drin hatten und mehr kriterien hatten wir eigentlich nicht genau und da ich habe eine folge dort angehört wo es darum ging dass die abflussrohre verstopft sind alles was du von der folge gehört hat ja und da haben wir uns gedacht eigentlich auch spannend und wir könnten noch einmal überhaupt nehmen wollen wir nicht aber wir haben uns überlegt wir stellen uns heute einfach mal selber die klassenfrage beziehungsweise stellen uns selber mal fragen und erzählen vielleicht mal ein bisschen was über uns ja also normalerweise landen wir interessante leute ein und jetzt machen wir das einmal nicht gut na dann wir haben uns ein paar fragen überlegt die wir uns gegenseitig stellen um auch mal zu zeigen wer wir eigentlich sind auch wenn es vielleicht jetzt nicht so viele interessiert machen wir das mal und zwar wäre unsere erste frage die wir uns stellen warum machen wir überhaupt den podcast wie kam es dazu wie kam es zu diesem podcast ja und da muss man richtig weit ausholen damals 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 vor drei jahren glaube ich 50 voll lang an ja te doch mal stefan naja wir haben uns kennengelernt auf einer schulung auf einem seminar organizing seminar für hauptamtliche waren da relativ frisch beide drin und ich glaube unser gemeinsame nenne war auch damals dass wir beide so linke zecken sind beziehungsweise damals waren ich war es da schon du warst noch voll drin ich war noch voll drin in der sekte ich war schon weise genau und wir waren neu in einer großen gewerkschaft und hatten da diese diesen kultur clash und hatten gleichzeitig auch den politischen anspruch an unsere arbeit und haben dann gemeinsam nennen gehabt oder kann man schon so sagen ich fand ich erst doof und das hat sich dann auch nicht verändert seitdem aber politisch gesehen hatten wir gleiche themen und ja doch ja also im grunde ist es ja schon so dass man die methoden des organizing sehr gut benutzen kann dem was wir hier machen und ich glaube da mir auch gemerkt dass die politische arbeit die wir bis jetzt gemacht haben oder ich habe das ein bisschen vorher schon gemerkt dass wir dann neue sachen ausprobieren wollen und über diesen austausch sind wir eigentlich dann auch in verbindung geblieben um es mal ganz kurz zu machen genau und haben uns immer wieder ausgetauscht über die arbeit über alle möglichen anderen fragestellungen was das angeht und irgendwann hat der katja die idee ein podcast zu machen weil es uns aufgefallen ist dass wir so viele betriebliche menschen treffen aufgefallen du wolltest interaktiv jetzt kriegst du es interaktiv genau katja ist aufgefallen dass es sehr spannende betriebliche menschen gibt die aber selten irgendwie auch gehör finden beziehungsweise die in ihren betrieben vor sich hin wursteln und saugute arbeit machen die aber in so einer politischen diskussion irgendwie kaum zu wort kommen oder auch nicht gehört werden wenn sie zu wort kommen und dabei die idee ist solchen menschen mal eine stimme zu geben und was eignet sich da eigentlich besser als ein podcast hat katja gesagt ich wollte es erst nicht und jetzt sind wir hier genau und auch diesen organizing ansatz den wir unsere arbeit der verfolgen mehr in den fokus zu rücken denn die arbeit ist ja nicht gebunden an eine gewerkschaft sondern viele politische groben nutzen diesen ansatz haben damit auch gute erfolge oder auch mal nicht so erfolge und darüber wollten wir auch so ein bisschen reden also es sind so zwei impulse gewesen sollte sichtbar machen und auch leute die diese methoden nutzen mal in den fokus zu rücken auch damit andere sagen ja das kann ich ja auch mal ausprobieren und schritt für schritt lernt man dann eben gemeinsam also diesen austausch den wir beide miteinander hatten einfach größer zu machen und ja bis jetzt würde es ja eigentlich auch ganz gut und nicht nur so ein theoriegewäsche über klassenfrage oder was auch immer sondern einfach ganz praktisch zu zeigen wo sich die klassenfrage stellt und vor allem leute zu finden die sie uns beantworten können außer in dieser folge wir stellen nur fragen denn unsere nächste frage die wir uns stellen ist auch angelehnt unsere folgen nämlich was ist dein lieblingszitat stefan genau wir sind so irgendwie mögen wir zitate und jetzt ist spannend weil wir haben uns die zitate vorher nicht gesagt was jetzt kommen wird und ich weiß auch gar nicht wer jetzt anfangen soll das zitat raus sagen okay ich fange an mit meinem lieblingszitat es ist englisch ich kann es nicht übersetzen aber auf englisch von einer sehr bekannten persönlichkeit winners don't make excuses when the other side plays the game wer hat es gesagt harvey spector reden wir von realen personen also in meinem herz ist real also suits wer es kennt großartige serie soll jetzt vielleicht keinen politischen anspruch daran haben aber großartige serie warum mir das zitat so gefällt zum einen weiß so ein diese neoliberale selbst optimierung total abfeier nein ernsthaft es ist häufig so dass wenn man für dinge die man einfordert bekämpft wird dass dann relativ schnell eine moralische ebene kommt man sagt war das sind böse also die geschäftsführung ist böse oder die polizei ist böse oder egal wer nö sind sie nicht die führen ihre rolle aus sie machen das was sie machen weil sie in der position sind diese sind sie vertreten ihre interessen oder sie vertreten das gesetz oder irgendwelche anderen das heißt wenn ich mich darauf einlas und sage ich will was verändern da ist doch absolut vollkommen selbstverständlich dass ich genau dafür anderen leuten auf die füße treten muss weil ich etwas verändern wenn sonst wäre es ja schon anders und dass die anderen leute dann daran festhalten warum machen sie es denn sonst ja auch nutzen draus und mich dann bekämpfen dann ist es okay und dann beschwer ich mich nicht drüber sondern planen lieber wie ich besser werden kann wie man gemeinsam besser werden kann und wie man und das ist der entscheidende punkt gewinnen kann weil häufig reicht es irgendwie sich so auf so eine moralische soll ich sagen so eine moralische mimimi ding zurückzuziehen und sagen und jetzt haben wir 100 hörer verloren statt einfach zu sagen so hey wir wollen das durchsetzen dass das wird nicht einfach und man wächst aber auch dran das heißt es ist so neoliberales gewäsch und es geht immer um so ein individuelles denken habe ich sehe es eher kollektiv und ich glaube da ist das echt ein cooles zitat wo einem immer wieder sagt als gerade echt heftig ja gar keinen bock drauf aber hey wir wollen es durchsetzen und die andere seite finden es genauso doof was wir da machen und wir müssen es einfach nur länger durchhalten und dann gewinnen ich finde aber neoliberale erfolgsprinzipien klauen und die für eine gute sache nutzt jetzt nicht unbedingt schlecht auch wenn ich dich damit in gutes licht drücke dankeschön mein zitat ist ein bisschen ähnlich also eigentlich habe ich zwei das ist immer dieser ich fange mit dem an was ich eigentlich zuerst hatte und ich google parallel nach weiteren und zwar aber mein zitat was ich als allererstes habe ich gelesen als ich meinen bus saß da war ich so zwölf und da war das so an die seite geschrieben und ich habe damals nicht verstanden und ich weiß auch nicht wer es dahin geschrieben hat deswegen kann ich niemanden zitieren irgendjemand in chemnitz also punkt können sich gern bei uns melden genau ganzen höheren aus chemnitz falls sie es wissen und da stand so an der busseite wer sich nicht bewegt fühlt auch seine fessel nicht und ich habe das nicht verstanden und habe das aber lange mit mir rumgetragen was meinen die denn damit doch eigentlich alles gut ich meine ich kann von a nach b fahren ich kann das und das und als ich dann politischer wurde und auch mehr und mehr gemacht habe ist mir das zitat irgendwie nie aus dem kopf gegangen also man merkt eben erst wenn man aktiv wird und für was kämpft wo eigentlich die grenzen sind in der gesellschaft und wo man eben nicht weiterkommt auf nur im realen leben weil da eine polizeikette steht und man eben nicht weiterkommt oder auch im alltagsleben also kritisch zu sein und auch zu fragen und auch dinge nicht einfach hinzunehmen dass wenn man das wirklich konsequent durchzieht dann kommt man oft am punkt zu sagen ja okay wäre ich jetzt einfach nur angepasst gewesen hätte ich gar nicht gemerkt dass das nicht geht und irgendwie ist das zitat immer mehr in meinen kopf gekommen und ein politisches zitat wäre aber das was ich so seit wann habe ich angefangen gewerkschaftlich zu arbeiten vor zwölf jahren oder so da von martin luther king ich übersetze es mal weil ich gerne in englisch wieder zu sein die die den frieden wollen müssen sich genauso gut organisieren wie die die den krieg wollen das ist so finde ich ein leidensatz wir lieben pathos ja na wenn schon martin mit der king oder richtig ja weil das einfach zu dem passt was du auch gesagt hast klar ist es gut dass wir uns einig sind dass wir was gutes wollen und wir können uns das gegenseitig gern immer wieder sagen und wir können uns auch richtig schön auf die schulter klopfen dass wir aber eigentlich nicht dass alles toll finden wenn wir uns nicht organisieren gewinnt trotzdem die anderen egal ob wir mehr sind oder nicht ob wir moralisch im recht sind oder nicht das ist ja auch häufig punkt was auch wieder zur geschichte wie kam es eigentlich zum podcast das war so ein bisschen mein bruch auch mit der linken szene zu merken wir erzählen uns das einfach immer nur selber in der eigenen bubble und da habe ich irgendwann gemerkt also ich hatte ein schlüsselerlebnis wo wir auf eine demo gefahren sind irgendwo in süd thüringen und alle aus dem bus raus sind sind wir mit transpis um uns rum durch diesen ort gelaufen haben alle als faschisten bezeichnet haben irgendwie uns vermummt sind wieder im bus eingestiegen und nach hause gefahren und da saß ich im bus und wir hatte irgendwie war das jetzt und das dorf war voll auf eurer seite danach oder die waren so hey jetzt will ich auch antifaschistisch werden jetzt wo die das gesagt ja doch so war das und dann dachte ich mir also ich meine die meisten im bus waren so das war jetzt geil wir haben uns übrigens gezeigt was hier sache ist und wir hatten nicht mal gegner es war einfach nur menschen näher die leute haben die polizei da die man hätte anpöbeln können wahrscheinlich so zwei autos oder so aber wir hatten keine konfrontation nicht dass es jetzt das ziel ist konfrontation zu haben sondern die botschaft die wir hatten ist total daneben gegangen meiner meinung nach weil einen grunde haben wir alle nur beschimpft die hatten teilweise angst vor uns weil ich meine wenn man selber in der demo ist merkt man es nicht aber von außen sieht es gruselig aus ja wenn man einfach nur so durchsteuert und allem mal sagt wie aggro wir sind und wut zu haben ist ja auch ein guter motor die frage ist muss ich das deswegen aber auch rausschreien und das war für mich so ein schlussmoment wo ich im bus saß und dachte das war jetzt ein richtig sinnloser samstag und alle haben sich halt voll gefreut dass wir so viele waren und so viele ist ja bei so linken demos immer so 100 maximal knackpunkt genau oder 50 es war eine kampfstarke ne wie sagt man immer ist ich kann nicht mal mehr die begriffe schwach entschlossen entschlossener ausdruck es war ein entschlossener ausdruck wir hatten auch schöne trans bis die wir dann auch so rumgetragen haben und ich glaube dass es auch okay ist wenn man damit so anfängt sich zu politisieren und noch jünger ist und merkt cool ich gehöre zu einer gruppe und wir haben irgendwie eine meinung gemeinsam und dies nicht die mainstream meinung und wir stehen für antifaschismus ist total richtig und ich entschuldige das mir auch selber dass ich das so lange so gut fand aber die frage ist ja haben wir erfolge da kommen wir wieder zu den zitaten ja wenn wir keine erfolge haben müssen wir was anderes machen und wie misst man denn erfolge wie kann man das dann runterschreiben also an dem wallergebnis haben wir absolut keine erfolge bei irgendwas also in der gewerkschaft immer in zahlen alles in zahlen alles messbar ja aber wenn die leute angst vor uns haben ja und das das ist einfach so ein moment gewesen wo ich gemerkt habe wir müssen uns organisieren das ist aber nur so ein gefühl gewesen und ich hatte noch nicht die methoden dazu oder das wort überhaupt organizing ich kannte das nicht ich habe da auch gedacht okay irgendwie müssen wir was anderes machen irgendwie muss es breiter aufgestellt sein freundlicher aufgestellt sein und was dazu kommt ist ja auch diese unendlichen debatten wer hat jetzt recht und wie können wir uns noch spalten das ist ja nun auch nicht neu gut das machen die nazis tatsächlich teilweise auch aber zum glück zum glück ist ein richtiges problem die einzige chance sie zu zerstören ist einfach abzuwarten ob sie sich zerstreiten genau und da habe ich einfach angefangen ich weiß gar nicht wann das war auch schon eine weile her in kombi mit den erfahrungen die ich in der gewerkschaftsarbeit also ehrenamtlicher gewerkschaftsarbeit gemacht habe zu merken okay wir müssen viel offener werden und auch nicht immer gleich rausschreiten was wir denken sondern uns tatsächlich auf gemeinsamkeiten verständigen mit leuten die wir eigentlich ansprechen wollen erst mal gucken wer ist denn da überhaupt mit wem wollen wir eigentlich reden also ich wusste nicht wer da wohnt in diesem ort und was deren themen sind ich bin da einfach nur aus dem bus ausgestiegen und ja so eine art wie es jetzt immer im organizing ein mapping zu machen aber damals einfach zu gucken okay wie kriegen wir denn die normalen leute die einfach ihren alltag leben und sich gestört fühlen von politischen leuten weil die den ständig auf den senkel gehen dass wir was anders machen müssen wie können wir die erreichen und dann habe ich so stück für stück neue sachen ausprobiert damals beim kumpel john eine gruppe gegründet wir haben uns immer die uncoole antifa genannt und wir waren ziemlich uncool und wir sind eben dann in so stadtteilarbeit übergegangen was auch noch nicht organizing war aber im grunde schon ein schritt weiter genau bis ich dann zur schulung da war ja alles vorbei hat die gewerkschaft eingefressen okay also deswegen die frage über welches thema könntest du ewig sprechen dich nie langweilen so katja sag mal auch das ist wir wissen nicht was die jeweils andere person sagen und die jeweils andere person weiß nicht was ich selber sagen wird ja viele themen zählt das ja passt alles klar dankeschön danke fürs zuhören was mich sehr lange sehr stark beschäftigt hat immer noch tut ist natürlich auch gesellschaftliche zusammenhänge aber auch die die mich betreffen in meiner entwicklung nämlich auch das frauen thema ich glaube darüber kann ich tatsächlich ziemlich lange mich belesen oder reden weil es so viele facetten hat und unpolitisch kann ich sehr viel über serien reden ja welche was lieblingsserie so das ist viel zu unpolitisch wir heißen hier klassenfrage darauf bestimmt politische serien borgen tatsächlich war ziemlich gut wie borgen so eine schwedische oder war es norwegisch irgendwo da oben jetzt wird es völlig schon korrekt jetzt skandinavisch eurozentrismus skandinavisch zählt das ja klar ja gut und tatsächlich ist da auch der zusammenhang fällt mir gerade jetzt ein wir hatten so ein empowerment seminar an der uni also wir als linke haben das gemacht jetzt nicht die uni hat das angeboten wo frauen nur frauen dabei waren und eine referentin uns so ein paar strategien beigebracht hat besser für sich einzustehen auch mal nein zu sagen in viel rhetorik wie stehe ich da wie spreche ich wo kommt überhaupt meine kraft her und die hat uns damals so als lehrstück die serie worgen vorgespielt wo eine frau präsidentin wird und die sich dann diesen männer klüngel beweisen muss und verschiedene szenen haben wir uns angeschaut und dann geguckt okay was macht sie an der stelle vielleicht sogar falsch was macht die beim nächsten mal besser wie lernt sie diese sprache kennen in der politik und wie kann sie sich da durchsetzen ohne ihre ideale zu verlieren und dann habe ich angefangen die serie zu gucken und ich glaube die glaube ich in drei monaten durchgeguckt für alle die die jetzt gucken wollen wo kann man sie anschauen wer streamt sie was ist ich denn echte jetzt das ewig her ich habe ich mir damals eine vhs-kassette ausgeliehen und die dann zurückgespult wieder hingebracht ich weiß es nicht nein ich weiß es nicht mehr aber ich glaube wir finden das raus für euch und packen das in die show notes und dann sichern wir uns irgendwie über eine affiliate programm geld dafür dass wir das verlinken wir werden lassen das land rausfinden in dem spielt und falls wir nicht dafür gesponsert werden streichen wir jetzt diese stelle in eine andere serie ich habe kein thema über das ich gerne rede cool ja guck die mal sie ist gut also als frau ist sie zumindest sehr interessant ich weiß jetzt nicht du so hell wie es doch normal dass man so auftritt und so redet wieso lernen die das erst jetzt muss ich mich zurück das mikrofon ist an ich kann nicht antworten wie ich gerne bei dir ist die antwort ich weiß die technik nee nee ja weil ich dich immer vor labern mit unseren podcast technik alle fragen sich warum ist so voll die scheißqualität nee ich habe ich habe so ich habe so zwei sachen rausgesucht ausgesucht ja so aus der näheren folgen was macht stefan genau über was kann man reden gesellschaftlich akzeptiert einmal ein ich hatte in den letzten jahren hatte ich zwei bücher mit denen ich richtig vielen leuten auf den zeigern kommst du mit büchern weil ich serie genannt habe ja ich habe auch mal ein sehr kluges buch gelesen also das erste buch ist ich bin raus von robert ringham ich glaube der satz robert ringham hat gesagt ich weiß nicht wie viele bluten der ohren davon hatten aber daher habe ich ziemlich häufig gesagt noch nie gehört tja den packen wir auch in die show notes den satz einfach nur das war noch vor vor der gewerkschaftszeit genau ein ein wirklich gutes frühere stefan der alte stefan ja alt ist nicht so richtig das richtige wort bei dir du hast einfach krass früh warst du halt schon angefangen bücher zu arbeiten zu lesen zu lesen und zu arbeiten ich weiß nicht dafür habe ich eigentlich studiert dass ich das nicht machen muss der schuss ging nach hinten los auf jeden fall ist ein unglaublich gutes buch wo es um diese ich weiß nicht wer das kein frugalismus und so das ist jetzt ein bisschen häufig in den medien auch gekommen es geht im endeffekt darum nicht zu arbeiten und nur so viel zu arbeiten dass man leben kann und hauptsächlich die dinge zu machen die einem spaß machen und dann bist du zur gewerkschaft gegangen ja wie macht die arbeit spaß wie ging der spruch ich meine ich meine ich meine die menge an arbeit ja ist ja nicht so ein teilzeit job jetzt nicht nicht man könnte es meinen weil wir so oft aufnehmen ja aber das macht man tatsächlich in der wenigen freizeit die man dann noch hat abends nachts genau also ein sehr gutes buch mit dem ich vielen auf den nerven gegangen bin und katja jetzt jetzt kannst du damit einsteigen und toni robbins auch ein buch was ich gelesen habe nachdem ich die doku über ihn auf netflix gesehen habe und ja da bin ich auch vielen leuten auf den zeige gegangen dass es sich doch bitte selbst optimieren sollten bis ich irgendwann angefangen habe selber aufzuhören mich selbst optimieren weil es einfach keinen erfolg hatte ich dachte okay das schlechte gewiss ist mir zu nervig ich bin wie ich bin also wenn du mit vielen leuten mich bist bin ich auf den zeige gegangen ich fand das auch sehr spannend weil die das hatten wir jetzt schon aber diese neoliberalen ideen wie man sich auch optimieren kann kann man schon mal klauen man darf halt die ideologie nicht kopieren weil ich glaube das ende von dem ganzen lied ist halt total gruselig also alle vereinzelt kämpfen nur für sich er geht von kalifornien zieht nach florida weil in kalifornien die schweine haben sie doch die reichensteuer erhöht wie dreist ist es denn die reichensteuer zu erhöhen und da sind wir wieder bei klassenfrage genau weil immerhin reiche die reichen menschen erwirtschaften doch und schaffen arbeitsplätze und so ja und sein hubschrauber muss anscheinend auch cool sein weil die ersten seiten geht es eigentlich nur um seinen hubschrauber wie er damit angeflogen kommt ich finde auch bei so amerikanischen autoren wenn die so selbst optimierungs oder selbsthilfe bücher schreiben dann ist für die immer erfolg ich habe mir dann was ein geiles haus gekauft ich habe dann irgendwie ein geiles auto dann habe ich es geschafft trotz dass sie sonst total spirituell sind aber das ist dann der erfolg ich habe jetzt irgendwie mir einen fuhrpark angeschafft das fand ich bei ihm jetzt auch ein bisschen komisch aber an sich sind die sachen zu gucken in sich rein zu hören und zu fragen was will ich wirklich und darauf die energie zu verwenden und viele höflichkeitsaufgaben die man sonst so hat oder sachen die man so macht weil man sie halt einfach denkt dass man sie machen muss darüber mal nachzudenken ist schon ganz spannend oder irgendwelche denkmuster die mal eingefahren ist und deswegen erst robert ringham lesen dann alles in fragestellen dann fragestellung kennenlernen von tony robbins mit dem man dann positiv in die zukunft geht oder aber man lässt es genau das reicht auch vollkommen so jetzt über abflüsse jetzt genau jetzt geht es endlich um abflüsse wir sind voll fix wir wollten doch eigentlich jetzt ewig labern ach wir haben noch ein paar frage ich lese halt nix und du guckst nicht so wie wir seien ja ich glaube wir könnten eine eigene folge zu serien machen ich hätte so ein paar empfehlungen aber das kommt dann beim nächsten mal mal einen kleinen clip ein guter film wenn man gewerkschaftsarbeit kennenlernen will ist we want sex ja katja äfft mich schon nach weil sie hat ja keine zeit einen film anzuschauen sagst du es einfach jeden tag ja genau es ist wieder ein thema über das ich viel rede nein 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 ja stimmt passt zur frage sehr gut dann red doch mal über den film er ist gut schaut ihn euch an wir verlinken ihn in den show notes das wird ein langer link ja aber tatsächlich ein punkt den wir jetzt gar nicht vorbereitet haben ich hoffe das überrascht ich jetzt nicht wäre auch dass diese filme diese gewerkschaftlichen filme und diese bildungsarbeit die die gewerkschaft damit auch macht in verschiedenen strukturen ob nur berufsschule oder auf seminaren also die hat mich zum beispiel sehr geprägt und ich finde tatsächlich ja also da auf der einen seite die filme anzugucken schon ziemlich gut weil es einfach so einen emotionalen impuls setzt was zu machen egal ob jetzt im betrieb oder im eigenen wohnviertel da habe ich auch gemerkt dass also mich hat tatsächlich dann am meisten politisiert in gewerkschaftsseminaren rumschlagen was irgendwie so öde klingt aber da hat man dann auf einmal so viele verschiedene leute gehabt die ganz unterschiedliche hintergründe hatten am ende einigt man sich halt auf einem ziel und deswegen sind diese filme glaube ich auch so gut weil egal was dein hintergrund ist du kannst dich mit der idee wir schließen uns zusammen wir kämpfen für was gutes und wir halten durch miteinander das ist irgendwie so die die idee die jeder irgendwie mitgehen kann definitiv da mir fällt jetzt dummerweise der regisseur nicht ein aber ich den werden wir auch verlinkt bitte sag jetzt einfach fünf minuten wie hieß der denn wie hieß der denn mensch mir liegt es auf der zunge der winter checks barley zum beispiel ist von ihm und großartige filme oder land of freedom okay wir machen jetzt da nicht an der stelle weiter ich habe übrigens filmwissenschaft studiert habe ich es ja schon mal erzählt und wieso weißt du nicht wie der heißt weil ich tatsächlich danach aufgehört filme zu gucken wir mussten die mal tot analysieren mein erster film im grundseminar filmwissenschaft war panzerkreuzer partjomkin ich weiß nicht ob das jemand gibt es aus zwanzig oder dreißig also so einer ersten filme so sieht das auch aus mussten wir dann in unserer klausur szene für szene analysieren und historisch ein also es ist so hey dieses studium könnte echt spaß machen aber euch wird es keinen spaß machen dafür werden wir schon sorgen nee es war tatsächlich ganz gut aber ich habe dann irgendwann eine überdosis filme gehabt also wir verlinken auf jeden fall den namen des regisseurs in den show notes und absolute empfehlung director so absolute empfehlung dann wenn ihr es unten nachgelesen habt okay jetzt kommt eine spannende frage hat ja du beantwortest diesmal zuerst was hast du dieses jahr losgelassen außer ein mikrofon nachdem du von der bühne gegangen bist katja out katja out auch dieses video werden wir in den show notes verlinken barrick obamas abschiedsrede obama out her das ist so eine floske die niemand benutzt außer wir aber die eigentlich ganz gut ist ja so ich habe ja dieses jahr ein bisschen eine veränderung hingelegt und bin umgezogen in eine ganz andere region aber dazu später und ich glaube für mich war dieses jahr loslassen ist die vorstellung loszulassen dass immer alles 100 prozent sein muss oder dass man zumindest sich dafür immer einsetzen muss dass die arbeit 100 prozent laufen muss privatleben 100 prozent laufen muss alles andere drumherum muss stimmen nicht dass ich das vorher hinbekommen hätte aber ich hatte trotzdem immer so den anspruch ich muss immer alles geben egal wo und tatsächlich ist das was was ich dieses jahr so ein bisschen losgelassen haben kann auch mal scheiße laufen und kann auch mal eine weile nicht nicht so gut laufen und das auch okay denn daraus lernt man ja man kommt immer wieder neu an den punkt finde ich also die erkenntnis hatte ich bestimmt vor zehn jahren auch schon mal habe sie dann wieder vergessen und wieder 100 prozent überall gegeben und ich glaube dass es auch dieses ist auch für mich ein frauenthema also ich habe ja auch kinder und da merke ich schon wo wir können halt einfach nicht alles 100 prozent und es hat mich also das loszulassen dass das immer alles perfekt sein muss man als mutter perfekt muss und im beruf immer alles geben und so weiter sondern das was man eben kann gut macht und guckt dass man neues lernt das finde ich eher wichtig das hat mir tatsächlich entspannung verschafft mal gucken wie es ausgeht wo sind eigentlich die kinder sind das jetzt noch im auto nein aber ich glaube dass perfektionismus das hat nie eine charaktereigenschaft war die ich jetzt hatte weil ich finde immer schon man sollte eben eher das machen was einem spaß macht und auch gucken dass man dabei spaß hat und trotzdem gerät man aber in diese rollen wo man immer wieder denkt ich muss jetzt aber hier noch besser sein und besser sein wollen ist eine gute ambition aber muss trotzdem auch gucken die eigenen ressourcen abzuwägen und das hatte ich irgendwie vergessen zwischendurch ja dann habe ich mich gewundert warum ich immer so k.o. bin und keinen spaß mehr dran habe an dem was ich mache und dann lieber weniger machen und das auch gerne machen also auch im privaten finde ich ganz gut ja was hast du losgelassen das ist ja langweilig also wir haben uns nicht abgesprochen aber meine antwort genau zu dem empfinde ich ihn nicht mehr also falls jemand ich bin ein mann ich habe keine emotionen ne tatsächlich ist fast das gleiche nur aus einer anderen perspektive vielleicht einfach diese erkenntnis man kann nicht alles machen und wenn man versucht alles zu machen dann macht man alles falsch oder alles nicht richtig immer und immer alle und nie keiner wir sind es ja absolut in den aussagen es gibt kein schwarz kein grau es gibt nur schwarz und weiß ne aber diese erkenntnis man kann seine man muss seine ressourcen bündeln und man muss dann halt auch mal nein zu was sagen außer jetzt klassenfrage hören und machen nur hören da wird es langsam dünn aber sozusagen diese erkenntnis zu haben zu sagen man muss nein sagen und zu anderen dingen ja sagen so könntest du auch mega abgetroschen lest du den robins ich habe es noch nie gehört echt nicht habe ich den nicht auch gelesen ja du hast den nicht fertig gelesen reden wir da nicht drüber so viel zu perfekt reden wir nicht drüber du bist eine von vielen Personen denen ich auf den Zeiger gegangen bin und naja vielen Personen du gibst dir so an ich verschenke auch Bücher an Leute die du kennst oder auf der Straße an Häftlinge in der Hoffnung dass die zumindest Zeit haben zum Lesen ja auf die bin ich mal selbst ein guter Tipp finde ich ja meine Ergebnisse stimmen nicht auf jeden Fall die Erkenntnis sozusagen auch Dinge nicht machen zu können so sehr es dann Schmerz in der Seele es geht nicht alles und vielleicht auch die Erkenntnis dass manche Dinge einfach nicht für einen geeignet sind egal wie viele Serien man schaut wo irgendwelche Leute irgendwas cooles machen vielleicht ist das nicht ganz das eigene Leben wie Anwalt sein oder was man sagt wie Anwalt sein ja man könnte schon auch Jura studieren und das dann machen ja dafür müsste man aber das Studium packen und das wäre in meiner Faulheit was Lernen angeht ich hätte das auch nicht geschafft wenn ihr Arbeitsrechtsfragen habt fragt einen Anwalt machen wir auch okay dann jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage ja tatsächlich und die letzte Frage soll einen positiven Ausblick geben Katja vielleicht solltest du jetzt nochmal deine Notizen umwerfen einen positiven Ausblick geben woher nimmst du die Hoffnung auf eine gerechte Gesellschaft die Antwort welcher Hoffnung ist jetzt falsch ja ich bin Pessimistin falls du das sagen wolltest nee oder wie nennt man das Skeptikerin ist das klüger klingt das besser Querdenker heißt das glaube ich nee das würde ich jetzt ungern sein wollen da ja nee also Hoffnung habe ich schon weil in den kleinen Sachen die man so erlebt immer wieder die Erkenntnis ist die meisten also nicht alle die meisten Menschen wollen tatsächlich nichts Böses die wollen einfach ihr Leben gut leben auch für ihre Kinder und auch oft füreinander also im Betrieb ist es so dass ich finde der Umgang untereinander zu einem großen Anteil nicht alle leider sehr wohlwollend ist und dass Menschen durchaus sehr gerne zusammen sich zusammenschließen und was zusammen machen und auch nur wenige eigentlich halt irgendwie absichtlich schlechte Dinge wollen das sind wirklich meiner Meinung nach die die sich besser organisiert haben manchmal aber leider sind das die die oft die Ressourcen haben also das Kapital die dann mit solchen Sachen kommen und dann ist es immer schwierig dagegen zu halten aber allein der Gedanke sich zusammenzuschließen und füreinander einzustehen egal ob es im Stadtteilladen war oder in unserer Nachbarschaft oder auch im Betrieb wenn ich da unterwegs bin der kommt schon auch von den Leuten selber also es ist nicht so dass jetzt irgendwie jeder nur für sich guckt und jeder alles alleine machen will das ist immer so der Mythos jeder ist ja nur noch auf sich bedacht das höre ich super oft und ich finde dass das eigentlich gar nicht so ist das gibt mir Hoffnung die Frage ist nur können wir es politisch auch dazu nutzen dass wir auch mehr Erfolge haben ja das ist tatsächlich der Knackpunkt hätte ich eigentlich sagen müssen meine Kinder die sozialerwünschte Antwort wäre wahrscheinlich das gewesen nachher werden die Kapitalisten oder irgendwas dann schmeißen sie mich aus meiner Wohnung raus nachdem sie uns einen ganzen Block gekauft haben wenn du die Miete nicht zahlen kannst die Zahlen dügen nicht Katja Verwandtschaft schützt nicht vor Armut Geld ist dicker als Wasser Blut wie auch immer das war ein schöner Satz gut und du ja jetzt darf ich das gleiche sagen ja ja verdammt also meine Kinder nein tatsächlich gab es so ein paar Ereignisse in den letzten Jahren wo ich dachte es scheint doch was zu gehen man scheint doch auch mal gewinnen zu können das war tatsächlich Korbin und Alexandria Ocasio-Cortez der jetzt rausgespissen wurde aus seiner Partei der jetzt verloren hat aber es nicht genug gut organisiert nein Spaß da wage ich mir wirklich kein Urteil darüber die aber gezeigt haben dass es möglich ist und das ist doch eigentlich immer das was auch in der Vergangenheit würde ich jetzt mal behaupten so mal so 100 Jahre zurückgeguckt da haben wir auf Russland geschaut und gesagt passt mal auf das ist möglich wir können das auch ne aber dieses Ding zu sehen okay es geht es gibt Handwerkszeug mit dem man das machen kann und es gibt Möglichkeiten Dinge zu verändern und auch so ein bisschen ein Blick auf die auch deutsche Geschichte es hat sich verdammt viel entwickelt wenn man von den 50ern bis jetzt guckt was sich da alles für Errungenschaften widerspiegeln trotz aller Rückstritte trotz aller Geschichten und so weiter es gibt eine positive Entwicklung die nicht einfach zu halten ist das muss man auch dazu sagen aber es gibt sie und das ich glaube manchmal muss man ein bisschen geduldiger sein ich so mit 18 war so am nächsten Tag Weltrevolution alles andere ist verrat und jetzt ist so ja wenn mal so in 10, 20 Jahren ein großer Schritt nach vorne gemacht wurde dann ist das auch okay ich glaube das gibt einem so ein bisschen Hoffnung und das klingt jetzt vielleicht abgetroschen aber einfach viele kluge Menschen auch in den Betrieben aber nicht nur auch die kluge Dinge sagen wo ich dachte ach krass ja genau das ich würde es so nie formuliert bekommen aber cool es gibt noch andere Leute die sich darüber Gedanken machen und die auch mutig sind genau die mutig sind und jeden Tag aufstehen und da wieder dafür einstehen und ich bin damit nicht allein und das ist ein cooles Gefühl und da so ein bisschen Beitrag dazu leisten zu können dann wird es dann wird es mit der gerechten Gesellschaft das sollten die anderen sich mal warm anziehen fragen wir uns noch die Vision unsere Gäste fragen wir immer innen immer was ist deine Vision von einer besseren Gesellschaft sagen wir das so ich weiß es gar nicht die dürfen immer so eingeschränkt auf ein Thema ja da haben wir jetzt ein großes Thema ich wünsche mir dass wir mehr Hörer und Hörerinnen kriegen wie gilt das das ist deine Vision das ist meine Vision zu Ende ja Vision klingt das Wort ist ja wir haben das absichtlich benutzt weil es so verbrannt ist und wollen das wieder neu entpolitisieren wollte ich gerade sagen nein aber Vision wird ja immer so oh ja spinn nicht rum und warum eigentlich nicht man kann doch auch mal rumspinnen und oft kommen dann erst die Ideen wie können wir das dann erreichen 100% davon erreicht man selten aber dass wir einfach den Weg dahin uns bahnen das finde ich schon auch wichtig weil aktuell habe ich das Gefühl wir führen hauptsächlich Abwehrkämpfe ob nun jetzt Klimabewegung ja wir versuchen was zu verhindern ob in den Betrieben wir versuchen Stellenabbau zu verhindern wir versuchen immer nur was zu verhindern und deswegen finde ich die Visionsfrage eigentlich ziemlich wichtig wo wollen wir da eigentlich positiv hin was ist denn unser Bild von Gesellschaft wir haben vorhin schon gemerkt dass es sehr schwierig ist jetzt einfach mal eine Gesellschaft sich vorzustellen aber eine Vision wäre halt schon dass Leute wieder mehr lernen sich Orte selber zu schaffen oder Strukturen zu schaffen indem sie sich austauschen und ehrlich miteinander umgehen können also auch so die Frage darf ich überhaupt über mein Gehalt reden oder darf derjenige überhaupt wissen wie teuer mein Haus war und so weiter sondern dass man einfach sagt nee bei mir ist es so bei dir ist es so und wie machen wir das dass es für alle besser ist und nicht mehr so dieses nach unten schauen guck mal die haben es nicht geschafft und selber schuld das würde ich mir schon wünschen weil das wäre glaube ich eine große Voraussetzung dafür dass wir auch hier weiterkommen und wieder dahin kommen dass normale Sachen wie dass man irgendwie sein Leben leben kann und seine Wohnung bezahlen kann wieder möglich werden eine freie Entfaltung auch ohne ökonomischen Druck ich hätte also ich habe das gerade über den Tag gedacht während du geredet hast ich würde meine Vision so ein bisschen mehr auf politische Arbeit beziehen weil so kurz lang mittelfristig wie auch immer man das nennen will wäre so meine Vision dass Politik für die Menschen mit den Menschen gestaltet wird also nicht auf dieser extrem abgehobenen Meta-Ebene wo irgendwelche intellektuellen Fragen diskutiert werden braucht aber es braucht eine Wurzel da wo man lebt wo man arbeitet wo die Menschen leben und arbeiten und da vor Ort zu sein mit den Menschen gemeinsam dass man in ein Viertel reinkommt und man kennt sich einfach auch wenn man zusammen an gemeinsamen Zielen arbeitet und so eine Verankerung hat und das wäre so mein Wunsch dass da ein Umdenken stattfindet so viele Menschen investieren so viel Zeit und da gibt es auch schon coole Ansätze da will ich jetzt noch eine Empfehlung rausgeben was ich damit meine es gibt so eine Broschüre das Rote Berlin ich glaube das ist von der interventionistischen linken Berlin wo es um das Thema Recht auf Stadt und so weiter geht wo auch so Enteignungsthemen sind aber auch so ganz banale erste Schritte die man dafür machen muss also so ein so ein Dreiklang aus kurz, mittel und langfristigen Zielen und das ist das was ich an Vision cool finde es braucht ein großes Bild aber meistens gibt es halt nur das große Bild und kein Mensch kann dir sagen ja wie kommen wir denn jetzt konkret hin und ich glaube wenn wir anfangen glaubhaft zu machen wie man die ersten Schritte dahin machen kann dann folgen einem die Menschen auch mehr beziehungsweise haben auch überhaupt erstmal Bock sich zu bewegen so ist ja auch in den Betrieben wenn man ein ganz klares Ziel hat wo man hinkommen kann und der erste Schritt von jedem Einzelnen notwendig ist um dahin zu kommen dann wird der Schritt auch gegangen ja und das nicht das erste Erfolg ist wenn man Z erreicht hat von A sondern dass es auch schon Erfolg ist wenn man bei C oder D gelandet ist also wir haben auch ein Riesenerfolg also wir wohnen da jetzt nicht mehr weil wir hatten so einen Innenhof mit verschiedenen Leuten die da gewohnt haben und als wir da ankamen waren alle total vereinzelt haben Einzelnen da irgendwie am Spielplatz gesessen und auf ihr Kind geguckt und da war unser Ansatz okay wir wollen das hier auch organisieren unser Wunsch war natürlich schon dass wir irgendwann so weit kommen zu sagen wir organisieren uns auch als Mieter, Mieterin und wir lassen uns hier Dinge nicht mehr gefallen und ich muss sagen da sind wir nicht ganz hingekommen weil dann doch wieder naja gut aber wenn die das halt nicht machen dann ist das halt so oder wenn wenn es halt nur mal mehr Geld kostet ist es halt so aber wir haben dadurch geschafft dass wir eine Nachbarschaft aufgebaut haben die sich getroffen hat die im Sommer sich draußen zum Braten sagt man in Thüringen getroffen hat und sich einfach ausgetauscht haben und da habe ich auch gemerkt das ist auch schon ein Erfolg ohne dass man es gleich politisch auflädt also wir haben jetzt nicht gesagt das kommt alle aus euren Häusern wir wollen jetzt hier politisch kämpfen sondern wir haben erstmal nur ja eine Hollywood-Schaukel in den Hof gestellt und einfach Sachen gemacht wo man sagt kommt doch einfach dazu lass uns doch einfach mal zusammen und das ist Stück für Stück gewachsen und so nach zwei Jahren war es wirklich eine richtige Gemeinschaft und dann konnte man auch wirklich anfangen zu sagen so und jetzt kommt hier übrigens vom Vermieter das und das oder sind Dachziegel vom Dach gefallen auf den Spielplatz runter und die haben das nie repariert und die Kinder laufen da ja auch rum und da war es dann eben auch so dass nicht Einzelne sich nur vor sich hin beschwert haben sondern wir haben wirklich überlegt wie können wir die dazu bringen dass sie das jetzt reparieren und dass es auch okay ist wenn man nicht gleich bei Z angekommen ist sondern dass es diese Schritte auch Zwischenziele sind der Weg ist das Ziel um auf unsere letzte Folge letzte Folge anzuspielen Konfuzus hat es übrigens gesagt habe ich nochmal nachgeguckt ach du liebe Z das war kein Sprichwort Hans ja Mensch der war klug der war echt klug der kannte doch die Kassel der Verkehrsbetriebsaktion gar nicht wieso hat er das da gesagt Wahnsinn und vor allem was ich auch entscheidend finde aus einem ehrlichen Interesse heraus aus einem empathischen Interesse heraus und nicht aus so einem so einem funktionalen ich brauche die Menschenmasse halt um meine politischen Ideale durchzuboxen nee dann wird es nichts das merken die Menschen und da haben sie auch verdammt recht da nicht mitzumachen sondern aus einem ehrlichen Interesse heraus und dann wird auch die Welt besser dann wird es schöner Geschichte zu Ende genau nein ich glaube was auch wichtig ist und was in dem wir Linken nicht so gut sind sind wir einfach nicht ist die Leute auch da so zu nehmen wie sie sind ja und dass eben die Unterschiedlichkeit was auch gewisse moralische politische aber auch private Themen angeht auch okay ist ich meine damit jetzt nicht ist voll okay dass der auch AfD wählt aber dass eben Lebensweisen sich unterscheiden also dass nicht wir sagen so muss man leben um irgendwie ein guter politischer Mensch zu sein sondern dass wir auch mit den Leuten uns zusammenschließen wo wir sagen okay würde ich jetzt nicht so machen oder für mich ist ihr jetzt nicht so wichtig oder was auch immer für Status Sachen aber ist ja egal für ihn ist es oder für sie ist es wichtig unser Ziel ist ja dass wir uns hier zusammenschließen und nicht dass wir alle gleich sind und das habe ich tatsächlich gemerkt dass wir Linken da nicht wirklich gut drin sind also wir suchen uns immer gegenseitig und den moralischen Zeigefinger ja auch miteinander sowieso also gar nicht nur den anderen gegenüber sondern bist du überhaupt noch links wenn du jetzt Hausfrau sein willst oder bist du überhaupt noch links wenn du jetzt irgendwie was auch immer ich weiß nicht AfD wählst okay an der Stelle würde ich vielleicht sagen könnte man manchmal drüber nachdenken ja und auch also Toleranz meine ich wirklich auf keinen Fall gegenüber Leuten die uns irgendwie vernichten wollen dass wir jetzt wirklich dann wieder zu dem Organizing Ansatz der falsche Gegenpunkt sondern dass wir die die auf sich auf Ziele einigen wie dass wir eben eine gerechte Gesellschaft wollen dass wir da trotzdem akzeptieren dass es halt jeder auch anders ausleben möchte vor allem weil es einfach unterschiedlichste Lebensrealitäten gibt und man einfach nicht von oben herab sagen kann ach deine Lebensrealität ist falsch nö aus der Sicht würden wir vielleicht genauso handeln sondern eher zu versuchen zu verstehen woher kommt diese Lebensrealität was ist da die Ursache dafür und sich darauf auch einzulassen ist eine spannende Sache ich glaube dafür braucht es ist echt so eine Offenheit und ich glaube dann wird mal wieder eine gerechte Gesellschaft nur dann erfolgreich nur dann und wenn noch das, das und das und das passiert genau wir bringen bald ein Buch raus lest es und da steht es ist kein Buch es ist ein Heftchen ein Heftchen Heftle Heftle das sage ich nicht ich weige mich da ist ein Handlungsleitfaden zum Erfolg nein ist nicht ja und ich glaube was wir auch oft machen ist dass wir ich sage mal den Arbeitern und Arbeiterinnen absprechen dass sie da viel auch alleine können und alleine auch schon machen und wir dann so von außen denken na das müsst ihr jetzt aber ihr müsst jetzt mal hier übrigens lernen was Kapitalismus ist und ich glaube man braucht niemanden am Band erklären was Kapitalismus ist oder im Betrieb die wissen ganz genau welche Stellenwert sie haben und das sind aber auch so wo ich dann manchmal zugucke wenn das so die Rhetorik ist und ich mir denke ihr erklärt gerade den Leuten das was sie schon wissen und sagt ihnen aber nicht das wie sie es ändern können sondern ihr sagt ihnen einfach nur ihr seid übrigens in der und der Position und das wissen wir jetzt wir haben drüber gelesen und ich meine ich komme ja selber aus einer Arbeiterfamilie ich weiß nicht ob man das aus der Ostbiografie so sagen kann weil im Grunde waren nachher alle Arbeiter wir waren jetzt keine Minderheit also hat nicht die Identität geprägt dass ich jetzt irgendwie aus dem Arbeitermilieu komme also es war einfach so alle waren irgendwie Arbeiter, Arbeiterinnen also die meisten in meinem Umfeld wir haben auch im Block gewohnt und so und da war das zum Beispiel total normal dass die Hausgemeinschaft sich getroffen hat im Trockenraum und zusammengesessen hat sich ausgetauscht hat und auch geholfen hat ja und das waren so Kleinigkeiten wo ich jetzt sage das muss man jetzt teilweise krass politisch aufgeladen wieder herstellen das haben die einfach von ganz alleine gemacht jetzt nehmen wir mal den DDR-Partei-Quatsch weg die Leute haben trotzdem sich in ihren Häusern organisiert das ist jetzt was wo die Leute sagen stimmt das könnte man ja mal machen und da auch einfach so ein bisschen wertschätzen was können die Leute schon was machen die auch schon und wie kann man da ansetzen und denen nicht immer alles erklären was man irgendwie und einfach Teil davon sein auf Augenhöhe hey ich bin jetzt auch Arbeiter guck du arbeitest nicht hier doch dein Blau ist dann sauber okay ich bin Arbeiterin okay wir sind jetzt tatsächlich angekommen am Ende unserer Folge das war jetzt mal ein Experiment ihr dürft uns gerne schreiben kommentieren wie auch immer was ihr davon haltet oder auch nicht haltet und ansonsten freuen wir uns dass ihr zugehört habt genau beim nächsten Mal gibt es auch wieder Gäste genau oder ein Gast und ansonsten am Ende bleibt wie immer nur zu sagen organisiert euch passt jetzt irgendwie nicht so ganz wir organisieren uns wir organisieren uns also viel Spaß und bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.